Hallo zusammen, ich bin Lucien und ich stehe euch die Lehre als Lärmsmitteltechnologe vor bei Berger AG Backware. Kommen doch mit! Am Morgen komme ich mit dem Arbeiten an. Wir vorbereiten die verschiedenen Zutaten, um das Produkt vom Tag herzustellen. Zur gleichen Zeit werden die verschiedenen Maschinen eingestellt, um das Produkt zu produzieren. Nachher wird der Teig hergestellt und der Teig in den Maschinen. Als Lärmsmitteltechnologe ist man sehr viel mit Lärmsmitteln in Kontakt, weil man das Produkt herstellt und das macht mich sehr Freude, weil man direkt in Kontakt mit dem Lärmsmittel ist und am Schluss hat man wirklich etwas Handfestes. Wenn dich die Lehre als Lärmsmitteltechnologe interessieren würde, solltest du Faszination Lärmsmittel mitbringen und ein technisches Interesse. Ich bin vom Team sehr gut aufgenommen worden. Sie sind sehr freundlich, ehrlich und sie sind auch sehr interessante Leute, die auch verschiedene Backgrounds haben und ich habe Freude an ihnen. Bei uns darfst du als Lehrling auch sehr gerne die Verantwortung übernehmen und mitentscheiden. Berger Backware ist ein übersichtlicher und familiärer Betrieb und das gefällt mir. Das war der üblich in meinem Betrieb. Ich hoffe es hat euch gefallen und bewerben euch. Tschau zusammen!